ja das war nicht einfach aber ein cooler kampf als der letzte muss ich sagen das geben wir in den drachen rein ok oh gott das geht noch weiter und jetzt alles von vorne stell dir vor jetzt muss ich muss ich alles von vorne machen weil ich da immer gestorben bin dieser szenerie so auf den drauf da ich hätte gerne die bells deshalb ja gut ja gut ich verstehe schon was die von mir verlangt ist muss das alles ein bisschen besser angehen so zum beispiel was muss ich hier machen zwei türen ist das egal hier war ich noch nicht das ist ein anderer ort das ist ja verwirrend warum bin ich jetzt in seinem magen drin versteht nicht alles was hier abgeht muss man aber echt stark aufpassen es geht noch weiter aber es gibt die eis ability oder kann das sein dass jetzt wieder die eis ability bekommen von dem hier nein doch habe ich mich jetzt gesoftlockt oh nein ich bin genau in dem moment in die luft gesprungen auch nein es war am fliegen und da habe ich eingesammelt versteht ja was mache ich denn jetzt ich muss auf irgendeine plattform drauf stehen glaube ich oder was mache ich jetzt verdammt nein äh ich stehe doch drauf ich glaube ich bin gesoftlockt ich bin jetzt nicht so cool das was hier passiert das ist funktioniert bitte lasst mich nicht den boss neu machen sonst rast ich aus danke immerhin okay diesmal nicht fliegen während ich da das einsammeln gut geht doch ich hatte gerade ein bisschen angst dass sie nicht mehr spawnen weil die schon aus dem bild sind aber es hat noch gereicht aua ich sehe einen gegner aus dem ersten level okay was bist du ein feiner was zum wow wer ist das macht meinen boden kaputt muss ich mich also beeilen ich habe meine ability nicht mehr ich habe jetzt diese frost ability schon wieder verdammt ich verstehe was ich machen muss ach vielleicht muss er ja den boden kaputt machen moment das kann sein ach ja ich verstehe ich verstehe hä dann bleibe ich mal hier stehen naja ah verdammt das ist nicht einfach das ist wirklich einfach dieses große libyskus fliegt da oben das muss ich alles richtig timen aber nicht einfach das zu timen naja weil die kann ich jetzt hier rumstehen so da kann ich hier stehen nein das weiß ich doch nicht spiel das weiß ich doch nicht auch mal hier war sie vom spiel mir zuzutrauen dass ich das auch immer weiß naja gut 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 also was noch mal und jetzt das einfrieren und dann und dann und dann oh verdammt was denn dann ich kann ihn doch nicht treffen der ist zu weit oben ich kann ihn nicht treffen der ist zu weit oben leute es geht nicht seht ihr das kann er mich nochmal abschießen oder macht das jetzt nicht mehr ne jetzt macht das nicht mehr ich verstehe es nicht hä soll ich ihn einfrieren oh ah was ok also ich soll ihn einfrieren und dann schnell weg die Art von seinem besten eingefroren bleiben hör was ich komme jetzt ganz wieder oh mein Gott ähm ok wo sind jetzt einfrieren versuchen nein weil ich habe ihn jetzt auf jeden fall getroffen jetzt habe ich ihn getroffen ok vorhin zählt anscheinend nicht äh was oh nein das kann ich wahrscheinlich einfrieren oder dann denke ich jetzt wahrscheinlich ja den redet jetzt einfrieren soll man nicht einfach das zu treffen bloß ich muss mich beeilen weil das geht natürlich gleich weg gehst du weg hier da oben kommt der genau glocken glocken nehme ich immer mit glocken finde ich ganz nett da vorne nein ich sterbe ich sterbe gilt noch das ist doch schön und gut aber ich muss da hinten naa komm schon den treff ich nicht seht ihr was ich treffe den da oben nicht jetzt habe ich ihn getroffen schön oh ok tschüss aber ich habe noch ganz viel Leben merke ich gerade eigentlich geht es mir gerade gut das wusste ich nicht wie komme ich da hoch ich fahr gerade ganz kurz oben wie mache ich das so mache ich das die andere Seite wäre besser gewesen oder das ist jetzt auch egal sorry falls die Folge ein bisschen lang wird ich habe nicht erwartet dass es so lange dauert diesen Boss hier zu killen das ist einfach noch ein ganzes Level in diesem Boss drin ist gefühlt das kann ich ja nicht wissen das wusste ich ja nicht ok der könnte einfach mal nicht vorbei ah ok wo kommt der? da kommt er ok hoch da perfekt aber ich muss aufpassen da oben ist der Gegner wo da kam nichts mehr ich hätte nichts tun können was ist das denn bitte jetzt ist ja schon gut dass ich wieder hier starte aber was zum teufel hätte ich machen sollen ich weiß bin wieder falsch ist egal auf die zwei Glocke kacke ich jetzt ich bin gesprungen aber kann ja auch noch links drüber gehen ich dachte hier wäre eine Wand oh Gott das sind solche Sachen die verstehe ich nicht die checke ich nicht das ist jetzt wieder so eine Stelle wo ich mir wo ich froh bin dass ich auf Newcomer spiele ne oh Gott ich bin schnell ich hier hoch kann ich hier hoch kann bin ich jetzt oh nein ne ist mir egal ist mir so egal gerade ha oh oh ok wird das gespeichert das ich bis hin geschafft hab oh mein Gott da schießt ja müssen wir einfrieren ja ich hab eingefroren und jetzt nochmal ähm ha ich stehe jetzt nicht ganz äh äh ja jetzt sterbe ich halt ne dann muss ich ihn einfrieren und dann nochmal mit meinem Boomerang treffen das könnte sein ne hä Spiel was muss ich denn machen Bro ja das musste ich jetzt auch nachgucken wenn man den Boss schafft und zwar nicht treffen lassen zum einen genau hier der Ecke trifft sie einen nie kann man immer stehen bleiben so und man muss sie nicht einfrieren also man muss sie einfrieren damit man kurz auf ihr stehen kann und damit man da oben nein geht nicht ihr seht auf jeden Fall da oben das Ding und jetzt haben wir es geschafft toll oder oder ich sitze schon extrem lange an diesem Level weil ich es einfach nicht hinkriege aber dafür haben wir jetzt den König mit ihrer Königin mit seiner Königin vereint danke für mich zu retten zu retten zu retten zu retten ja einer von denen sagt das wahrscheinlich aber egal haben wir irgendeinen von neuen freigeschaltet dich vielleicht nein nix neues ne na gut dann halt nicht na klasse da habe ich doch super den Part jetzt gecuttet oder na gut weil die Frage in Folge noch zu kurz ist machen wir hier noch Akt 8 Galactic Assembly und hier sind wir im Weltall und ich glaube hier sind die Flüssig glaube ich ein bisschen anders Ach das soll ein schwarzes Loch dort darstellen oder wie Nintendo Wii doch ich glaube schon hier müssen wir aufpassen wo wir hinspringen kann ich da stehen ah ich kann sich in kleinen Planeten stehen ok ich bin grad ein bisschen verwirrt wo ich stehen kann wo nicht oh und schau mal ich habe hier das Water Power Up ist ja ich mag ja wie sie aussieht Fähigkeit ist manchmal positiv manchmal negativ es kommt auf die Situation da muss ich zugeben wenn wir uns bekommen das ist halt so so lala aber sonst immer war es eigentlich sehr nützlich muss ich zugeben und ja ich sag's mal so wenn das Level kurz genug ist dann muss ich hier nicht wieder kappen weil äh vielleicht wissen das manche ich bin nicht so der Beste im Kappen also schneiden ah mal schauen was ist denn hier blitze überall ich muss da so ein bisschen an äh Super Mario Land 2 denken da gab es auch oh Gott da gab es auch ein ähm Weltraum Level mit richtig cooler Musik hatte auch so Blitze überall und die Blitze wegen den Blitzen musste ich grad daran denken uah ok das ist aber echt knapp hier aber es ist cool bisher fällt das Level echt cool nicht zu schwer diese Plattform wie lobenswert vom Spiel ja an die Belt komm ich jetzt nicht dran stimmt wir hätten auch wieder genug Belds ne muss ich dran denken dass wir mit den Belds wieder ein paar Upgrades kaufen wir haben jetzt unser Angriffs Upgrade aber können noch Heizklar wahrscheinlich kaufen was bist du denn eigentlich für ein Auto von der NASA oder was oh Gott bin ich fast down weil ich mich nicht konzentriere was hab ich denn jetzt Static press down to burst into an electric current was macht mich das unbesiegbar für ne kurze Zeit oh damit kann ich hier huh was zum what hab ich das gesehen ich werd kurz zur Elektroleitung ah ok aber das kippe ich trotzdem hm ok interessant aber ist aber sehr interessant auf jeden Fall muss ich nur richtig ausnutzen genau von dem krieg ich das mit dem Auto das sind diese NASA Autos oder so keine Ahnung ok ich bin jetzt nicht wirklich in der Materie Space drinnen so fäng ich mich da jetzt auch nicht unbedingt aus bam 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 ist aber nett hier oder muss ich woanders lang huh hat damit kann ich hier hin einfach mich hin teleportieren wo ich mich hingesischt hab ok interessant auf jeden Fall interessant und die geht's nochmal machen ich denke mal ich muss einfach immer machen das dann Mais auch Moment hier muss ich das mal killen tschüss tschüssle tschüssle Kopski ich hab so nen geilen Rhythmus mit sich gefällt mir ah Bülötus Auto Auto tut weh wegen dem Preis aber nee hier muss man sich beeilen ganz schnell so wie die dann können wir wieder rauskommen das ist ja echt cool gemacht, das finde ich echt cool echt coole Ideen hier sind wir wieder hier in so einer Szenerie ich weiß nicht ob das hier mal darstellen soll aber es erinnert mich von den Teils her und von den Farben ein bisschen an Maribos 3 glaub ich was zack die Sterne brennen, ok, Sonnensalbrennen ne da sterbe ich dann ignoriere ich doch einfach diese Elektro-Dinger oder? sind die so wichtig? verdammt das war echt schlecht genauso wie das weil ich die ganze Zeit gimmickyhaft diesen Button hier drück ah, aber das killt doch alles um mich rum das ist wie bei Kirby dieses Spark Power Up, ok ok, dann Jump schafft man bitte hau ab, danke ok, ok, ok easy, easy, easy wow auf einmal Megaman einfach auf einmal Megaman irgendwie ich kenne die Megaman Vibes ich habe tatsächlich den ersten und zweiten Megaman Teil gespielt ja dann noch nicht aber ich habe auf jeden Fall vor dir noch zu spielen auf jeden Fall wieso kann ich mich jetzt einfach so irgendwo teleportieren mit dem Ding also einfach so, einfach so benutzen meine ich verdammt ich habe, ich kann das nur in den Dingern komisch hier, ich habe, das geht nur in den Dingern keine Ahnung zack zack verdammt verdammt, ich habe hier alles neu machen und ich lasse mich natürlich easy peasy treffen äh, ja nur ein Leben oder ist sie so ein hä? hm? vorhin konnte ich mich hier verwandeln hä? aber ich konnte mich doch vorher nie verwandeln wieso geht es denn jetzt nicht mehr? oder kann ich einfach rüberspringen? ne, vorhin hat es nicht geklappt nö ich kenne mich nochmal irgendwas stimmt hier gerade nicht hä? oder muss ich erstmal das hier aktivieren? ich glaube, das muss ich erstmal aktivieren wovon das überhaupt geht, oder? oder vielleicht kann ich das ja auch nur einmal machen ach, ich glaube, die Dinger laden mich vielleicht auf dass ich das überhaupt erstmal machen kann dass ich überhaupt erstmal in diese Form gehen kann, oder? das kann sein, ja das könnte es sein du, knapp so, aufladen bam 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 aua wow und nur oh nein bam 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 und hier ist es ja, ja, echt cooles Level hä, was ist, bist du denn eine Lampe, die Laser verschießt aber könnte auch ein Milcheimer sein, das ist ein Milchverschießt, oder? das war so mein erster Gedanke, aber ich dachte mir so, hä, irgendwas logisches muss noch dran sein ja ne 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 Lampe macht doch schon eher Sinn als ein Milchbucket so ein Milchbucket, oder? oh man oh man laden mich auch immer ein Welt ein mit, ne wenn ich, äh, meine Effekte wieder resetten möchte und hier war zum falsches Spiel, verdammt naja, egal äh aua ha was zum da werden einfach Sterne produziert für Mario, oder für wen vielleicht finden wir das dann noch heraus wenn ich hier lebt, dann nicht durchkomme ah, da kann man gar nicht draufstehen dachte ich um die ganze Zeit heya, da bin ich wieder pfuh boah, das ist aber echt knapp hier alles oh nein präzise Sprünge aah okay okay, okay, okay ok okkili dokkkili das gehen wir noch hin das gehen wir alles easy hin also hier muss ich elektrisch geladen sein ne, oder? doch, ne hä? 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 das geht überhaupt nicht doch hier kann ich das machen okay das hat nicht funktioniert und nur? und man kann eine Idee ja, dachte ich mir schon, ich dachte es mir schon, da oben, dieser Saturnplanet der muss doch irgendwas bedeuten ich muss ja erkennen, wo die Plattformen sind das ist nicht so einfach bei dem ganzen Spriting oh mein Gott damage boosten auch wenn das nur hier geht in dem Modus aber ich machs einfach sicher höh auf oh, danke fürs Herz vielen Dank danke für die großzügige Spende, die sie hier oh mein Gott verteilen äh ich hab Angst was? was? was zum nein dann bin ich wieder ganz hinten warum muss das ganze auch hier ein Screen sein? warum? zumindest ist halt das auch für immer, ne? immerhin sind die da ganz gut und denk, oh Alter, da doppt auch immer ein Herz, oder wie? das ist auch nice für mich oh verdammt soll ich hier einfach ein Dings zahlen? ja, ich glaub das ist ja einfacher wenn ich einfach sowas bin so ein Lightning Bolt ja, das ist einfacher hier muss man aufpassen hier muss man echt aufpassen was? 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 so, diesmal drei Herzen hier never mind never mind ist hier ein Trick? wie bitte? okay diesmal hab ich hier fair leben drei leben drei leben besser als letztes mal ich hab ne Idee wie man's machen könnte so hier einfach nur ganz schnell durch und jetzt keine ahnung doch ich hab ne ahnung Ohohoho Hä? Was? Oh, hey Leute, lasst doch mal was passiert ist. Ich werde jetzt niemals erraten. Okay, ich verrate euch einfach mal. Und zwar meine Aufnahme ist corrupted und ich darf das ganze Level neu spielen. Aber ich hätte das Level so oder so nochmal komplett mit vorne spielen müssen, weil ich am Ende des Levels... Ah, verdammt. Weil ich am Ende des Levels vergessen habe, die Rose zu holen. Weil die war aber auch echt böse versteckt. Das werdet ihr gleich merken. Hier ist auch mal übrigens einfach... Das habe ich nicht gecheckt. Einfach hier mit dem Weg zurückgehen, ja? Ein bisschen böse hier das ganze. Ich bin nochmal kurz leise. Genau, und dann seht ihr auch hier schon die Tür, die ich komplett übersehen habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass glaube ich jedes Level... Ich glaube so ungefähr 10 Räume hat. Das kann gut sein, dass das stimmt. Äh, ja. Wir sind auf jeden Fall, bei diesem Raum müssen wir alles erhellen. Ansonsten sehen wir nicht genau... Ja, ansonsten sehen wir nicht alles genau. Trotzdem ist es eigentlich alles so übersichtlich genug, dass man auch ohne durch das ganze Level durchspielen kann. Und das habe ich auch eigentlich gemacht. Und da liegt auch gleich das Problem. Genau, das habe ich auch gar nicht gecheckt. Ich hab mir so, hä, wie so bonkig in meinem Kopf. Aber auf diesen Dingern, auf diesen Hügel, in diesem blauen, da kann man stehen. Dann wieder einer nimm mal auf. Man muss nur aufpassen. Die Milch kippt so schnell. Und das ist richtig schwer. Boah. So. Genau. Und dann sind wir hier. Und jetzt würde man einfach nochmal weitergehen. Aber, vielleicht sieht man es auch schon im Dunkeln. Da hinten ist die Blume. Die kriegt man nur, wenn man hier erstmal sich auflädt. Und dann rüber-dasht hierüber. Sag, und dann hat man es. Da muss man aufpassen. Weil man behält es nur so lange, wie man noch lebt. Das wisst ihr ja. Hier habe ich gedacht mir auch die ganze Zeit so, hä, wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaffe diesen Sprung doch nicht. Aber wir müssen so hier hoch. Die Farben der Dinger der Plattform sind egal. Und ich finde das eigentlich noch in Ordnung. Ich finde das kann man voll gut sehen. Im Dunkeln. So. Wird by the way nie wieder passieren, dass ich die Aufnahme verkacke. So. Genau. Und die Passage ist ein bisschen tricky. Weil ich wollte gerade durchrushen. Aber man muss ja aufpassen. Und diese Sternfische. Die Sterne. Sorry. Sternfische ist etwas anderes. Die sind ein bisschen gemein. Ich dachte man vielleicht so hier lang. Aber da stirbt man nur, weil das ein rotes. Äh, genau. Ein schwarzes Loch ist. Oh Gott. Ich komme mit meinen Farben halt durcheinander. Man soll einfach sich hier aufladen. Und dann einfach nach rechts springen. Das habe ich gar nicht gemerkt am Anfang. Vielleicht auch erstmal ein, zwei totes Stück. Wenn ich das gecheckt habe. Genau. Und dann. Das ist böse. Das ist die letzte böse Stelle hier. Das ist richtig. Gemein. Da muss man richtig springen. Jetzt. Und dann hat man's. Ja. Ich hoffe euch hat die heutige Folge gefallen. Oh. Der ist neu. Der Eimer hier. I could go for a lemonade. Lemonade. Mhm, ja. I just can't control my kids. Das große UFO kann die kleinen UFOs nicht kontrollieren. Das Satellite oft picks up other frequencies. I am getting tired of all the ads to upgrade my phone plan. Oh Gott, so viel Werbung. Ich würde meinen V-Sparvertrag nicht haben. Mann. Verschwindet. Du hast nen Lektor. einfach nicht auf. Das lohnts soll, kurz. Und dann wenn wir au Christmas.